Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Bungie einfach krass gute Slapstick-Comedy macht. Und ich meine das jetzt nicht respektlos. Irgendwie ist Bungie hier der Charlie Chaplin, der Spielentwickler. Es hat hier einfach schon einen ganz eigenen Charme, wenn man sich anschaut, was Bungie hier so alles, ja nennen wir es mal, was ihnen so passiert. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was ist jetzt schon wieder los? Nun, Bungie hat aus Versehen einige der Ex-Änderungen für Season 23 geleakt. Und mit geleakt meine ich nicht, dass man das durch Starter-Mine und so weiter finden kann, sondern es ist direkt im Spiel für jeden von uns sichtbar. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass es passiert ist. Zum einen, weil es einfach, ja, ich finde es irgendwie amüsant und zum anderen, weil ich jetzt so extrem Bock auf die neue Season bekommen habe. Mann, oh Mann, die Änderungen sind verdammt gut. Aber wirklich richtig, richtig gut, dass ich es kaum erwarten kann, diese Exos in der nächsten Season zu nutzen. Denn auch wenn Bungie die Änderung im Game, also genau gesagt bereits im Text der Exos geleakt hat, so hat sich die Funktionsweise noch nicht geändert. Also die Änderungen sind noch nicht live, nur der Text hat sich geändert. Ihr wollt jetzt aber wissen, welche Exos sich ändern, oder? Okay, gut, schauen wir uns das Ganze an. Wir haben hier zum einen die guten alten Stormbees. Die Stormbees waren einmal die besten PvP-Exos beim Jäger, von Jägern geliebt und von den anderen gefürchtet, bis Bungie sie durch das ganze AE-Gedöns genervt hat. Jetzt gibt es für diese Schuhe einen ordentlichen Buff und ich bin gespannt, ob euch der Buff direkt auffällt. Ich lese euch mal den Text zum Rüstungs-Perk vor. Hydraulische Booster. Erhöht das Sprint-Tempo sowie die Rutschweite und verbessert außerdem Hochsprung, Lenksprung und Dreifachsprung. Du erleidest in der Luft weniger Schaden von Kämpfern. Okay, zugegeben, das war hier eigentlich leicht. Dazu gekommen ist nämlich, dass wir hier eine Schadensreduzierung bekommen, wenn wir in der Luft sind. Aber bevor ihr jetzt ausrastet, das gilt nicht fürs PvP, denn Bungie spricht hier von Kämpfern und damit sind immer die PvE-Gegner gemeint. Ich finde es krass, dass die PvP-Exos-Schuhe schlechthin in Season 23 jetzt zu einem wahrscheinlich für die breite Masse tauglichen PvE-Exos werden. Ist schon eine krasse Veränderung und ich persönlich freue mich darauf. Ich meine klar, wir müssen hier schauen, wie stark der Schadenswiderstand ist, aber generell hört sich das mega interessant an und passt sehr gut zu einem schnellen und aggressiven Spielstil. Das nächste Exos sind die Galanor-Bruchstücke. Die waren einmal so extrem gut zusammen mit dem Klingenfeuer. Leider ist es aber schon zu lange her. Womöglich hat sich das auch Bungie gedacht und deshalb bekommen auch diese einen Buff. Der Exo-Perk lautet hier scharfe Kanten und der Text ist jetzt wie folgt. Wurfmesser-Todesstöße verringern die Abklingzeit deiner Super. Treffer und Todesstöße mit Klingenfeuer geben Super-Energie zurück, nachdem die Super endet. Also, wir können hier jetzt weiterhin bis zur Hälfte der Super-Energie zurückbekommen, wenn wir sie einsetzen. Aber was vor allen Dingen interessant ist, wir bekommen für Wurfmesser-Kills Super-Energie. Finde ich richtig gut von Bungie, dass sie hier den Buff machen und damit nicht nur das Exo besser machen, sondern eben auch den Einsatz von Wurfmessern belohnen. Fraglich ist für mich zurzeit nur, sind hier alle Solarnahkämpfe gemeint oder ist es nur das ausbalancierte Wurfmesser, weil nur hier das Wort Wurfmesser mit vorkommt. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt tatsächlich davon aus, dass es alle Nahkämpfe sind und dann wird es schon richtig, richtig nice. Weiter geht's mit den Mechaniker-Trickärmel. Und hier muss ich sagen, bin ich mir nicht sicher, ob das Ganze nicht zu OP wird. Ob Bungie hier sicher im Klaren ist, was diese Änderung bedeuten kann. Der Exo-Perk Gefeder der Halfter hat nun folgende Beschreibung. Erhöht die Effektivität in der Luft, das Handhabungstempo sowie das Nachladetempo der Pistole. Wenn du kritisch verwundet bist und zu einer Pistole wechselst, wird sie nachgeladen und verursacht mehr Schaden. Während ihr Effekt aktiv ist, laden Pistolen Todestöße die Waffe nach und verlängern die Dauer des Effekts. Diese Exo-Arme haben ja erst letztes Jahr oder wann es war, einen ordentlichen Buff bekommen und sind gar nicht mal so schlecht. Aber ja, halt sehr niche, weil man hier eben Pistolen spielen muss und das macht kaum einer wirklich gerne. Wisst ihr übrigens, wie hoch der Schadens-Buff ist, den man hier bekommt? Es sind bisher 100%. Ich meine, wenn man hier nichts ändert, dann, ihr habt schon richtig gehört, 100% mehr Schaden aus der Pistole, wenn man diesen Perk aktiviert. Und jetzt können wir im Grunde die 100% mehr Schaden nicht nur für eine kurze Zeit unter relativ schwierigen Umständen aktivieren, sondern in der Theorie unendlich lange mit einem 100%igen Schadens-Buff rumrennen, bei dem wir nie die Waffe nachladen müssen. Zumindest nicht, solange Gegner da sind, die wir erledigen können. Also ihr versteht schon, wir brauchen hier nur einmal kritisch verwundet sein, wechseln auf die Pistole und los geht's. Danach können wir volles Leben haben, ganz egal, solange wir eben Gegner erledigen, haben wir diesen Buff aktiv. Also ich bin hier wirklich sehr auf den Timer gespannt, aber wenn dieser zwischen den Kills nicht zu kurz ist, dann wird das meiner Meinung nach ein Monster von einem EXO und ich glaube, ich werde dann Pistolen mainen, also zumindest auf meinem Jäger. Die letzte EXO für den Jäger ist dann der EXO-Helm himmlischer Nachtfalke mit dem EXO-Perk Falkenauge-Hack. Präzisions-Todesstöße verringern die Abklingzeit deiner Super, modifiziert Goldene Kanone so, dass sie einen Einzelschuss mit hohem Schaden abfeuert. Durch den Schuss getroffene Ziele geben dir Super-Energie und explodieren. Auch hier, ähnlich wie bei den Galanau-Bruchstücken, bekommen wir eine Möglichkeit, mehr Super-Energie zu generieren. Einfach Präzisions-Todesstöße machen und schon gibt's mehr Energie hier. Eine absolut perfekte Symbiose, die mir hier direkt einfällt, wäre es, wenn man himmlischer Nachtfalke mit dem EXO-Bogen Wunsch-Ender paart. Wunsch-Ender ist schon jetzt eine perfekte Waffe, um mehr Super-Energie zu erzeugen und wenn wir dann auch noch durch die Präzisions-Skills, die wir ja meistens machen, noch mehr Super-Energie bekommen. Ich glaube, himmlischer Nachtfalke könnte hier wieder richtig, richtig gut werden. Aber auch die anderen Klassen bekommen hier ein wenig Liebe. Beim Titan sind die Änderungen für die Sintercepts geleakt, biotische Verbesserung hat nun folgenden Text. Du erhältst erhöhten Nahkampf und Superschaden, sowie verbesserte Waffenhandhabung und ein erhöhtes Nachladetempo, wenn du umzingelt bist. Hier ist es tatsächlich ein Nerf und ein Buff gleichzeitig. Zum einen haben wir hier nicht mehr die erhöhte Reichweite beim Nahkampf, das wurde entfernt. Das hat Bungie aber auch schon angekündigt gehabt. Aber dafür haben wir das verbesserte Nachladetempo und die verbesserte Handhabung für Waffen. Das geht meiner Meinung nach so in Ordnung. Ich meine, einfach nur einen Buff auf Synthos wäre auch definitiv zu heftig. Und für den Warlock sind hier noch Änderungen für die Karnstein-Armbinden im Game. Umarmung des Vampirs. Nahkampf-Todesstöße und Finisher gewähren sofort Heilung und gewähren für kurze Zeit Wiederherstellung. Also nicht nur die Nahkampf-Todesstöße, sondern auch Finisher, was insbesondere fürs Endgame gut ist, geben jetzt die Heilung und eben Wiederherstellung. Ich bin hier gespannt, ob es Wiederherstellung mal 1 oder mal 2 ist. Mal 2 wäre schon ziemlich heftig, aber irgendwie muss ich auch sagen, hätte ich Bock drauf. Also why not? So, das waren einmal die Änderungen, die geleakt wurden. Alle Titans und Warlocks, die nun aufgebracht sind, dass der Jäger hier viel mehr Liebe bekommt. Bungie hat bereits auf den Leak reagiert und ihn zum einen bestätigt, also dass es Änderungen für Season 23 sind. Und sie haben nochmal klargestellt, dass das noch lange nicht alle extra Änderungen sind, sondern dass es nur eine kleine Vorschau von den vielen Änderungen für die kommende Season sind. Im Laufe des Videos habe ich euch immer wieder gesagt, was ich von diesen Änderungen halte, aber das ist ja nur meine Meinung. Mich würde jetzt interessieren, was ihr davon haltet. Lasst mir doch hier gerne einen Kommentar dazu da. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like oder vielleicht ein Abo freuen. Wäre mega Support für mich. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer bis zum nächsten Mal. Euer Ilias. Ciao. Euer Ilias.